die besten preise zu den besten games von diversen publisher zusammengefasst auf einer seite gehe jetzt auf www.instinctgaming.com und damit herzlich willkommen zurück zu let's play rösten von kuh elefanten so noch einen brauchen wir und dann haben wir auch die letzte mission hier beendet beeindruckend du hast alle sieben colex zurückgebracht diese belohnung nur auge einbruch vor allem dass das eine frau ist interessante ausdrucksweise die irgendwo im gras die zu finden können echt überall sein die könnten überall sein hier schon mal nicht das ist schon mal klar die zu finden das ist echt das wird schwer ich weiß dass man sich gerade nicht permanent verbrennen kann irgendwie das wird schön was das wird nix ok ah die werden schwer hier habe ich vielleicht nicht genug umgekauft das kann sein die boden wieder weg ach die eine ist nur weg stimmt wo finde ich die letzten zähne die sind ja so unscheinbar auch die bist die 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 Das war's für heute. Blinken. Nein! Ach komm, Alter. Hier sind sie nicht so. Ich hab jetzt keine Lust nochmal diese blöden Dinger zu machen. Kann man diesen blöden Jump'n'Run. So, wir gehen mal raus hier. Vielleicht hab ich hier irgendwann am Anfang vergessen. Kann natürlich sein. Hallo. Lies, hallo. Hallo. Kannst du bitte... Aufhören. So, warte mal. Hier ist nix zur Seite. Da auch nicht. Bezweifel ich es. Ah, das ist nur so ein Zehner, ne? Warte mal. Was ist denn, wenn der an der Stelle ist, wo ich gar nicht rankomme? Warte mal. Wir haben noch hier oben ne Kiste so kaputt gemacht. Wenn der hier oben noch so ein Edelstein gibt. Warte mal. Warte mal. Hallo. Hä? Kann ich bitte aus diesem Screen raus? Äh. Schade. Hier ist aber nichts mehr. Äh. Ah Das ist es Wauw wauw Put it inside Achtemal Es sind wirklich nur so 10 10 kleine Heelsteinchen Wo kann die sein? Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich habe doch hier schon mal alles abgesucht gehabt Die sieht man doch echt nicht Okay Boah das war echt schon Heftig So Jetzt müssen wir nochmal das Level normal beenden Wegen Video Was danach kommt Nein Oh Alter Das war Glück Weg hier Schön Das war ein schönes Video Nice Röste diese Vögel Röstet sie alle So Oh Hier liegen auch einfach Edelsteine Lol Und hier auch noch Hä? Haben wir die schon mal alle abgesucht gehabt? Lol Okay Das war die nächste Welt C4 Tch Der Windhafen Ist das dann unser nächstes Ziel? Würde ich mal sagen Und hier geht es dann weiter danach Okay Ja dann ab in den Windhafen Let's go So So ich trinke mal was So ich trinke mal was Oh Okay, Wasserfiecher. Äh. Ah, okay. Das ist irgendwas, was später noch freigeschaltet wird. Da kommen wir nach hoch, wahrscheinlich, ja. Okay. Oh, ich muss vielleicht erst mal mit dem Tübel bewildern. Hey. Hallo? Entschuldige das Chaos, Byro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie die Flammen unserer Kessel gelöscht und jetzt auch noch unser Schiffflamm gelegt. Wenn du die Feuer unter den Kesseln wieder entfährst, kommst du sicher zum Schiff. Der Dampf aus den Kesseln aktiviert unsere höchstfortschrittlichen Maschinen. Ja, Dampf ist nicht so ultra-effizient, aber man kann unendlich davon herstellen. Was ist das denn für ein Ball? Ist der nett? Nein, ist er nicht. Okay. Das sieht voll nett aus, aber es ist voll der Arsch. Ey. Ah, okay. Ich weiß, wie wir den kaputt machen. Oh, die sind auch süß. Komm mal hier. Sparks, gönn dir. Oh, guck mal da. Oh, wie cool. Das ist auch der Bündnis von Legend Clank. Die Bowls. Nice. Und den versuchen wir auch noch zu treffen. Ab in. Oh, das sind noch mehrere. Das ist ein zerstörbarer Fass. BTF. Warte mal. Komm, den krieg ich auch noch. Ah, du bist zu weit. Jetzt aber. Ciao. Hehehe. Da hinten ist TT irgendwas. Ja klar, okay. Ich schieße auf ein TT-Dings, was nicht echt passiert. Ja, gut. So. Äh, wie ist hier, ist einer versteckt? Kriege ich aber so noch nicht. Ich glaube, den kriege ich von der anderen Seite aus, oder? Kriege ich ihn so. Ahahaha. Der war schon mieser. Hallo. Geh weg, bitte. Bitte, geh weg. Ah, ich kann hier hoch. Nein. Ich muss da rumfliegen. Okay. Hoppala. Oh, weiss. So. Schwimmen? Schwimmen ist ja immer so eine Sache. Hallo? Müssen wir den anderen bitte auch füllen, okay? Okay. Hier ist irgendwie nix. Okay. Oh, Lava. Auf der einen Seite ist das Wasser, auf der anderen Seite Lava. Da ist aber nix drin, oder? Glaub nicht. So. Pressen. Pressen. Zack. Aha. Ein Schiff. Oder mehrere. Lava. Und... Oder eine Kugel wieder. Man macht ja erstmal... Perfekt. Die Landratten haben überall im Hafen diese Stachelminen verteilt. Wenn du sie beseitigst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Buschel gefunden habe. Achso, okay, ja. Und die meisten habe ich ja schon... Also hier habe ich sie ja schon abgeschossen, tatsächlich. Schiff, kannst du bitte... Auf mich machen. Oder auch nicht. Ich finde diese Bolts da oben so geil, ne? Boah, das Regenclank, das kommt auf jeden Fall auch noch hier auf meinem Kanal. Später über Capture-Card mit der PS4. Dann wird das nochmal gezockt. So. Hallöchen. Ja. Aha. Ciao. Danke, Spyro. Hier ist die versprochene Kugel. Tut mir leid, falls sie noch klebrig ist. Was? Was? Okay. Muss ich das verstehen? Na 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 Hier war nix mehr, ne? Ich weiß ja nie. Ich glaube nur den Stein. 14 Gegner. Wir haben bald 3000, ey. Ich bin lieber. So, 10er. Und zack. Schön. 14 haben wir immer noch nicht. Na die zwei. Ihr seid... Ciao. Kommt 14. Ich? Stimm echt nicht 14? Und was tun wir das jetzt? Oh. Äh. Moin. So, 14 haben wir. Was kriegen wir? Das ist schon ein Jump-Dings-Bungs. Damit man höher springen kann. Hier ist noch was secret-mäßiges. Oh. No, das ist nicht klar. Der hat ein Tor. Ja. Oh, der ist alles zuhörig. es ist vor dem ziel visier aber ich bin das schwöre alter cool was da noch liegt was kommt die denn her Wo kommen die denn her? Wie das hier meine ich? Warum auf diesen Berg? Oder da? Zeig noch. Zeig genau. Ach da. Probant noch Vogel. Danke, dass du unser Schiff flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf C4 fortsetzen. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Warum auf C4? Warte mal, warum auf C4? Was war denn auf C4? Ach, ihr seid die scheiß Vögel, Bomber-Dingsbums. Warum? Hä? Warum seid ihr so böse? Warum nur? Wo seid ihr mal dahin zurück? Hier sind sehr viele... Boah, ja. Boah, fährt sich. Juhu. Ich friss jetzt noch mal ein bisschen Zeit, aber nicht schlimm. Speichern. Danke. So. Wo muss ich hin? Ah, warte, ich muss hier die Jäger wieder nehmen. Danke, Schiff. Ist perfekt da. Ah, so. Ich mach mal Feuer. Tomahita, oh die. Feuer. Feuer. Jungen. Nein. So. Jetzt ist ich die Sprungfähigkeit. Ach so, der Sprung... Ach so. Ein Glück, dass du hier bist. Meine Maschinen sind kaputt. Und die Zahnräder für die Reparatur sind überall auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf das Rollbrett springen und sie einsammeln? Klar mach ich. 50? 50? Warum so viel? Warum übertreiben die immer? Oh Gott. Was? 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 Oh Gott. Äh. Was? Aha. Okay. Hast du Probleme? War zum Spriegeln? Ah, ich glaube auch. Ja, was? Ich hab... Ich hab die K... So, okay. Ich muss hier hoch wieder einfach. Ah, ich kann auch schießen. Ja, okay. Okay. Ah, das wird schon schwieriger. Das wird gar nichts. Uah. Aber das... Ich bin für die voll geil. Das finde ich mega. So. Nein. Was war der Kiste? Was war der Kiste? Was war der Kiste? Was war der Kiste? Ich hab doch geschossen. Ich hab doch geschossen. Ich hab doch geschossen. Oh, das geht auch. Okay. Man kann die nicht kaputt machen. Alles klar. Gut. Dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich röste unterdessen diesen Vogel hier. Bis dahin. Ciao. Okay, tschüss.